Meist nimmt Allah Dinge von uns weg, um sie durch etwas Großartiges zu ersetzen. Sogar Tragisches kann auf diese Weise auftreten. Es gibt wenige Katastrophen, die so schmerzhaft sind, wie der Verlust eines Kindes. Dennoch kann sich sogar dieser Verlust zutragen, um uns zu retten und etwas Besseres zu geben. Der Gesandte Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sagte, wenn das Kind eines Dienstes von Allah stirbt, so fragt Allah die Engel. Habt ihr das Kind meines Dienstes genommen? Die Engel antworten ja. So dann fragt Allah sie, habt ihr die Furchte seines Herzens genommen? Die Engel antworten ja. Dann fragt Allah sie, was hat mein Diener gesagt? Sie antworten, er priest dich und sagte, zu Allah ist die Rückkehr. Daraufhin wird Allah sagen, baut ein Haus für meinen Diener im Paradies und nennt es Haus der Dankbarkeit. Und was einige nicht bedenken, es ist besser für dein Kind, als ein Kind zu sterben und ewig ins Paradies lebt, als dass er als ein unglaublicher Erwachsener stirbt und dafür ewig in die Hölle landet. Wenn Allah etwas so Geliebtes wie ein Kind von uns nimmt, kann es sein, dass er es genommen hat, um uns und ihn etwas Besseres zu geben. Es kann sein, dass wir aufgrund dieses Verlustes ins Paradies aufgenommen werden, ein ewiges Leben mit unserem Kind. Und anders als unser Leben hier ist es ein dauerhaftes Leben, wo unser Kind keine Schmerzen, keine Angst und keine Krankheit haben wird. In diesem Leben können sogar unsere eigenen Schmerzen nicht das sein, was sie schienen. Als der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, unter hohem Fieber litt, sagte er, Niemals wird ein Muslim Anstrengungen, Krankheit, Trübsal, Kummer, Übel oder Schalen allein, sogar wenn ihn ein Dorn sticht, ohne dass Allah ihm dies als Sünde für seine Sünden zurechnet. Lieber Nicht-Muslime, falls ihr euch fragt, was mit euren Kindern geschehen wird, würde ich gerne an den Hadifen zitieren. Abu Ehrer, r.a. berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sagte, Jedes Kind wird mit der natürlichen Veranlagung für den Islam geboren. Liebe Muslime und Nicht-Muslime, wieso trauert ihr so um eure Kinder? Denen geht es gut. Sie sind im Paradies. Und dort gibt es kein Tod, Leid, Hunger oder Schmerz. Aber was ist mit euch? Hört ihr denn nicht den Schrei eurer Seele, dass sie im Abgrund ist, indem ihr wegen dem Verlust angefangen habt, an Allah zu zweifeln, oder schlimmer noch, aufgehört habt, an ihn zu glauben? Eure Kinder sind traurig um euch, als ihr über sie. Eure Kinder wissen, dass sie ins Paradies sind. Ob muslimisch oder nicht muslimisch. Die Kinder möchten die Eltern wieder treffen. In einer Welt, wo es kein Tod, Krankheit, Armut und Schmerz existiert. Hab Geduld in so einer schweren Zeit. Denn der Geduld führt euch ins Ziel. Allah sagt, wie wir in euch sicherlich mit ein wenig Furcht, Hunger, sowie dem Verlust eines Teils des Vermögens und der euch nachstehenden Person und den Mangel an Früchten prüfen. Und verkündige den Geduldigen die Frohe Botschaft. Wahrlich, der Geduldigen wird ein unbegrenzter Lohn gewährt. Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam sagte, Niemand erhält ein besseres Geschenk als die Geduld. Du bist am Leben und kannst dafür sorgen, dass du dein Kind wieder siehst. Allah schenkt deinem Kind das Paradies und möchte es dir auch schenken. Ob du dieses Geschenk nun annehmen willst oder ablehnst, ist deine Entscheidung. Möge Subhanahu wa ta'ala uns in seiner so an harten Prüfung uns und unseren Kindern ein Wiederzusammentreffen ins Paradies ermöglichen. Möge Subhanahu wa ta'ala, Allah SWT, uns Standhaftigkeit geben, Sabre, Taqwa, uns von unseren Fehlern bereinigen. O liebe Geschwister im Islam, sagt jetzt mit euren Worten oder mit euren Herzen. Allahumme Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 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 oh